Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat am Dienstag die Polizeihubschrauberstaffel in Neu-Südende besucht. Dort informierte er sich darüber, mit welcher Technik die Polizeihubschrauber heutzutage ausgestattet sind und ließ sich erklären, in welchen Fällen sie zum Einsatz kommt. Die Polizeihubschrauberstaffel hat in Niedersachsen zwei Standorte, den in Neu-Südende und einen in Hannover. Der Besuch in Neu-Südende war Teil der Sommerreise des Innenministers, die damit am Dienstag endete. Untertitelung des ZDF, 2020